Das wohl bekannteste Tagebuch der Welt ist das Tagebuch der Anne Frank. Es ist tatsächlich ein echtes Tagebuch und kein Roman. Es wurde in über 50 Sprachen übersetzt und Millionen Menschen haben es gelesen. Wer Anne Frank war und worüber sie in ihrem Tagebuch geschrieben hat, das erzähle ich euch jetzt. Viele Menschen führen Tagebuch, sie schreiben sich ihre Sorgen und Nöte von der Seele oder notieren einfach nur, was passiert ist, manchmal in Stichpunkten. Sie vertrauen ihren Tagebüchern ihre Geheimnisse an. Tagebücher sind oft besondere Bücher. Und auch Anne Frank hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Tagebuch. Sie gibt ihm einen Namen. Anne nennt ihr Tagebuch Kitty. Kitty soll ab sofort ihre engste Freundin sein. Hören wir Anne mal selbst zu. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Aber darauf kommt es mir eigentlich nicht an. Ich habe Lust zu schreiben und will mir vor allem alles Mögliche gründlich von der Seele reden. Wie ihr sehen könnt, haben wir es hier nicht mit einer ganz gewöhnlichen 13-Jährigen zu tun. Anne hat den Traum, Schriftstellerin zu werden. Und nun schreibt sie also Tagebuch. Der erste Eintrag datiert vom 12. Juni 1942. Der letzte stammt vom 1. August 1944. Wir, die Leser, begleiten Anne ab ihrem 13. Geburtstag bis zu ihrem 15. Lebensjahr. Das Tagebuch beginnt ganz fröhlich, obwohl Anne selbst kein einfaches Leben hat. Anne wird 1929 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist Jüdin. Ihre Eltern fliehen mit ihr und ihrer Schwester 1933 aus Deutschland. Also in dem Jahr, in dem Adolf Hitler an die Macht kommt. Die NSDAP, so heißt Hitlers Partei, fackelt nicht lange. In nur einem halben Jahr errichtet sie in Deutschland eine Diktatur. Und von Anfang an geht sie besonders gegen die Juden vor. Denn in den Augen Hitlers und der Nazis sind die Juden an allem Übel schuld. Jüdische Geschäfte, Anwaltskanzleien und Arztpraxen werden boykottiert. Juden dürfen nicht mehr als Beamte oder Lehrer arbeiten. Bücher von jüdischen Autoren werden verbrannt. Und natürlich werden Juden beleidigt, körperlich bedrängt, eingesperrt, verhört und ja, auch umgebracht. Verständlich, dass die Familie Frank flieht. Annes neue Heimat werden die Niederlande. Sie kommt in die Grundschule, danach in das jüdische Gymnasium. Doch auch in Amsterdam ist sie nicht lange sicher vor den Nazis. Im Jahr 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Im Mai 1940 erobert die deutsche Armee Holland. Juden dürfen nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr ins Schwimmbad, nicht mehr zum Friseur. Einkaufen ist ihnen nur am Nachmittag erlaubt. Juden dürfen nachts das Haus nicht mehr verlassen. Und so weiter. Außerdem müssen sie einen sogenannten Judenstern tragen. Es ist ja so, dass man Juden nicht ansieht, dass sie Juden sind. Anne und ihre Eltern sehen aus wie alle Deutschen. Um die Juden auszugrenzen, sie erkennbar zu machen, müssen sie den Stern tragen. Das alles ist Anne also schon gewohnt. Das alles muss sie schon aushalten, als sie mit dem Tagebuchschreiben anfängt. Trotz allem klingt sie freundlich und fröhlich. Bis sich plötzlich alles ändert. Zwischen Sonntagmorgen und jetzt scheinen Jahre zu liegen. Es ist so viel geschehen, als hätte sich plötzlich die Welt umgedreht. Aber Kitty, du merkst, dass ich noch lebe und das ist die Hauptsache, sagt Vater. Ja, in der Tat, ich lebe noch. Aber frage nicht, wo und wie. Annes Vater ist ins Visier der SS geraten. SS bedeutet Schutzstaffel. Ein Name, der sich ganz harmlos anhört. Aber die SS ist eine Organisation, die in Hitlers Namen Terror ausübt. Die SS macht Jagd auf Juden. Was bedeutet das eigentlich genau, untertauchen? In Annes Fall bedeutet es, dass sie und ihre Familie ihr Versteck im Hinterhaus nicht mehr verlassen können. Sie sind eingesperrt. Zwar nicht im Gefängnis, aber in ihrem Versteck. Alles, was sie zum Leben brauchen, müssen ihnen andere besorgen. Anne schreibt zwar, das Haus komme ihr vor wie eine eigenartige Pension, in der sie Ferien machen würde. Aber es ist eben auch ein Gefängnis. Stellt euch mal vor, ihr müsstet zwei Jahre in eurer Wohnung oder eurem Haus leben, ohne dass ihr rausgehen könnt. Immer mit der Angst, ihr könntet entdeckt werden. Mit der Angst, dass die Leute in den Häusern nebenan euch durch die Wände hören. Alles muss heimlich ablaufen. Die Zugangstüre zum Hinterhaus ist getarnt. Sie besteht aus einem Schrank, den man verschieben kann, um hineinzukommen. Anne beschließt alles, was sie im Versteck erlebt, wahrheitsgetreu in ihr Tagebuch zu schreiben. Die Familie Frank ist nicht die einzige, die sich im Hinterhaus versteckt. Auch die Familie Van Pels und ein Mann namens Fritz Pfeffer sind dort untergekommen. Herr Pfeffer teilt sich mit Anne ein Zimmer, wovon sie nicht sehr begeistert ist. Aber so schreibt sie, für die gute Sache muss man was übrig haben. Und ich bringe dieses kleine Opfer dann auch gerne. Durch Fritz Pfeffer erfährt Anne, welche ihrer Bekannten gefangen und abtransportiert wurden. Für Anne ist ihr Versteck eine Schutzhöhle. Mit der Zeit ändert sie ihren Schreibstil, was das Tagebuch angeht. Sie schreibt jetzt nicht mehr nur an Kitty, sondern an verschiedene Mädchen. An Kitty, Conny, Emmy, Pop und Marianne. Sie schreibt Briefe an erfundene Freundinnen. In den Briefen schreibt sie nicht nur über das alltägliche Leben, sondern auch über ihre Gefühle. Zum Beispiel über die Liebe. Sie schreibt auch über Gott und den Glauben. Anne hat ihr Ziel, einmal Schriftstellerin zu werden, fest im Blick. Sie liest viel und schreibt auch andere Texte. In ihrem Tagebuch beschäftigt sich Anne oft mit anderen Menschen. Dass ihre Beschreibungen von anderen Personen manchmal hart und ungerecht sind, gibt sie selbst zu. Sie fürchtet, liebt und hasst. Anne sagt, dass sie als Jugendliche eben Gefühlsschwankungen hat. Sie denkt sehr viel über sich selbst und ihr eigenes Verhalten nach. Der Leser kann nachvollziehen, wie sie an sich arbeitet, um ein besserer Mensch zu werden. Anne schreibt, um zu überleben. Egal, wie schlimm ihre Lage ist, sie verliert nicht ihren Lebenswillen. Sie hat aus Spaß mit dem Schreiben begonnen. Jetzt schreibt sie sich ihre Angst von der Seele. Im Jahr 1944 ist der Krieg noch in vollem Gange, aber Deutschland wird zurückgedrängt. Es wird deutlich, dass Hitler den Krieg nicht gewinnen kann. Die niederländische Regierung ist ins Ausland geflohen. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, Tagebücher, Briefe und andere Dinge aus der Zeit des Krieges aufzuheben. Damit will sie die Schrecken des Krieges dokumentieren. Anne fängt an, ihr Tagebuch zu überarbeiten. Sobald der Krieg vorbei ist, will sie es als Buch veröffentlichen. Es ist natürlich etwas anderes, ob man nur für sich Tagebuch schreibt oder ob alle Welt das Buch lesen kann. Anne streicht alles, was ihr zu privat ist. Stellen, die sie nicht gut genug findet, überarbeitet sie. Sie schreibt nicht mehr an verschiedene Personen, sondern nur noch an Kitty wie am Anfang. Aber ihr Werk bleibt unvollendet. Am 4. August 1944 werden die Menschen, die sich im Hinterhaus in der Prinsengracht versteckt haben, verhaftet. Wahrscheinlich hat sie jemand verraten. Miep Gies, eine Freundin der Familie Frank, findet Annes Tagebuch und will es ihr später zurückgeben. Aber dazu soll es nicht kommen. Anne landet im Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo sie Anfang des Jahres 1945 stirbt. Mit 15 Jahren. Nur Annes Vater Otto überlebt die Gefangenschaft der Nazis. Miep Gies übergibt ihm Annes Tagebuch. Als Otto Frank das Tagebuch liest, beschließt er es zu veröffentlichen. So wie es Annes Wunsch war. Im Jahr 1947 erscheint das Buch auf Niederländisch unter dem Titel Het Achterhus, das Hinterhaus. In den kommenden Jahren wird das Tagebuch immer wieder veröffentlicht, in andere Sprachen übersetzt, zum Theaterstück umgearbeitet und verfilmt. Annes Tagebuch berührt die Menschen. Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben, wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod. Annes Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Bis heute ist sie nicht vergessen und lebt in ihren Texten weiter. Wenn ihr gerade das Tagebuch der Anne Frank in der Schule lest oder vielleicht schon gelesen habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, wie euch das Buch gefallen hat. Abonniert gerne außerdem den Kanal und wenn ihr möchtet, bis zum nächsten Mal. Tschüss!